Authentizität. Ungefiltert. Eine Reise zu dir selbst. Mit nur einem Buch holst du das Beste aus dir heraus. Stell dir ein Leben vor, in dem du nicht nur durch den Alltag trottest, sondern wirklich bewusst und authentisch lebst. Ungefilterte Authentizität ist ein Wegweiser dorthin. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Selbsthilferatgeber. Es ist eine Reise zur Selbstverwirklichung, Achtsamkeit, zum eigenständigen Denken und zur Transparenz. Stell dir vor, wie du praktische Übungen meisterst, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Zum Beispiel Tagebuch schreiben und reflektierendes Denken. So lebst du jeden Tag deine Wahrheit. Aber verlass dich nicht nur auf unsere Worte. Hör, was Leser sagen. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Worauf wartest du? Hol dir dein Exemplar noch heute und starte deine Reise zu echter Authentizität. Beginne deine Verwandlung und umarme dein ungefiltertes Selbst. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.